ja willkommen mein name ist an die wäbi und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of hysteria in der letzten folge haben wir uns helldive gestellt um überhaupt nicht weiterzukommen wir sind jetzt auf der suche nach mao telos welcher irgendwie die gesamte erde irgendwie als sägen benutzt und wenn wir den erledigen oder finden oder den dingens herstellen können den sägen dann haben wir irgendwie eine chance gegen helder anscheinend ja und dann sind wir noch als folge in letzter minute noch so ein katz begegnet auf der kamelot brücke und er hat uns gesagt also er hat uns gesagt er hat ihn gefunden also wir waren ja so einen bösen turtles so wie ein westf und er macht sich auf nach katz corner und wir wollen katz mal erfinden und um da zu finden sollen wir einige dinge zu finden einige hinweise und unsere truppe hat gemeint geschütz oder seraphin bisschen was und tatsache jetzt wirklich ein ausverzeichnen kannst du mir leid ich habe kein blassen stimme hat um als auch nicht die katzen seraphin oder seraphin okay dann hat er auch voll was gemacht hat mal truhe bestimmt nichts tolles drin aber was soll es keiner frank so nächster schutz darauf dann mal ins so haben wir auch mal zu entstecken können gucken weiß nichts hin müssen scheinbar ist der alte knack karriere in logerin irgendwas also da wo wir jetzt auch hinwissen müssen wir diesen marvin typen finden normalen dieser eine abenteurer und ja ich würde von der legende in der eine schildkunde eine katze rettet und daraufhin uns dort der katz gezaubert woher vielleicht haben katzen katz doch mehr gemeinsam als nur einen namen der ähnlich klingt ach sie jetzt wieder allen katzen denen ich begegne irgendwie ein fisch geben also manchmal wollen noch mal katzen ich weiß irgendwo waren katzen ich habe schon mal katzen irgendwo gesehen aber das ist ja wieder was anderes also ein ganz anderes spiel die war irgendwo vom heiligtum ich war auf der mauer die hübsche wo habe ich hier auch in der mission angeblich darf man in das dorf katz kann ein wenn eine katz bein in der schuld steht aber ich habe überhaupt keine ahnung wo ich so einen katz finden soll ich auch gar nicht als mission wenn ich bin drüber war katze wenn drago aber ich sollte mal vielleicht hier Ja kurz... Oh, Steaklower, hallo. Ja gut. Eww? Doch, eww. Genau, es ist aber eine Wahrweise, die Frau von ihrem Gehäfen. Aber es ist sehr feiner, dass sie. Was sie nicht mehr schweiß? Genau. Beide ich nur in Wahrheit, ist. Was sie ist nicht so, Warten? Und was sie? Was sie zerstört habe, als sie schreit? Was soll es so, wie sie... sondern auch im leben oder irgendwie vermisse ich das ist nicht so eine bösewicht fraktion gibt es aus mehreren leuten die immer irgendwie ein kontrast zu den hauptcharakteren darstellen wie in anderen tels aufspielen das ist empfohlen er gab es ja diese groß visiere glaube ich hießen die hier sind nicht aus der afn irgendwie große haften also großherzog irgendwie so diese engel die typen nämlich engel aber die für egdrasil gearbeitet haben bin sowieso großer fan von der 6 gott generals aus tels auf der avista sind meiner meinung nach die besten bösewichte der tels auf serie sowas gibt es hier nicht das ist auch nicht leider eine gruppe die irgendwie was gemeinsam mit den bösewichten hat und ja irgendwie 6 man hatte sechs charaktere in tales of the abyss und was habe ich gesucht jeder stadt irgendwie so in verbindung mit einer aber irgendwie der faller von der ein einer ich will jetzt natürlich hier nichts bei landern also spoiler einer war irgendwie ein rival eine andere aber irgendwie das original von einem und so weiter und so fort also ja was gibt es hier leider nicht ich bin schade wo es ist wenn ich auch schade aber ganz irgendwie viele verteilte charaktere so als bösewichte wenn ich jetzt einige leute waren schon so in so einer art position aber nicht so wie in den anderen tels auf spielen oh je ne ist aber ich bin eine katze keine katze ja kann man nicht wissen weil ich habe gehört dass es eine hochrangigen seraph gab einen blitzen zahl der er doch habe ich gesucht hat ein blitz sucher jetzt nutzer ja kann nur den ich hoffe ich mache natürlich als umsonst wir haben danach nur noch logren glaube ich mal katzen nein bühner nah dran aber der weiß magierin es möglich hat konntest auf der katze zu besuchen aber sie sind sehr streng drehen wenn sie hinein lassen aber sie lassen sich gleich mit einer hohen sozialen staatsbeidung vielleicht kommt so ein wenn du etwas bei dir trägst dass sich als hochrangiger seraph ausgibt ich habe da alle vier prüfungen ist irgendwie so ein beweis ne logerin da kann ich natürlich noch nicht hin geil als muss von der kamelort brücke aus der eigenen rennen wird dann müssen wir hier wohl weiter erst mal wo ist die kamelort brücke schon wieder großer kamelort brücke deswegen finde ich die da wo sind die kram ich muss die kam noch mal finden vielleicht ist da jetzt es gibt weil ich dann letztens so berührt habe war da nix da irgendwie sohn ja so ein fisch so hier bringen wir mal etwas action hier rein und nochmal das fiege ich den ultras hier durch mit dem gericht diesmal ich probiere aber erst bestimmt irgendwie so weit mit der besiegt sich mit sohne so dann dann so krach 62 schwach gegen feuer und erde fast die arzt funktionieren nicht besitzen setzt nur arzt ein ich wusste ich stehe zwar nicht so auf karten oder kritisch aber soll es also mein irgendwelchen das sind jetzt zwei amortisierungen gegen die wo anfällig bist das schaffen wir ja er ist ja schon gleich weg macht er da war ein riesiger kreis den war gemacht das sei noch mal betreut oder das wäre gut er ist noch nicht weg weg mit dich sehr gut langsam war okay jemand hat gelernt habe ich doch schon allen hier zu sagen gebe da war ein einfacher kampf schön wenn wir neue kram finden irgendwo unten ich bin gut wenn ein plan so aufgeht gehst du weg hast gerade gesehen was ich erledigt habe da habe ich mir gedacht also ich mache da so riesen tintenfisch kaputt ich weiß trage da meinte so ein vogel mich herausfordern zu wollen also bitte da sind die kram da wenn ich muss den ganzen weg noch mal hierhin rennen jetzt auch wenn die beine auf jeden fall nicht so am anfang glaube ich glaube ich den elefanten gekämpft haben wir in der nähe auch irgendwie so eine dinge ist schon entdeckung meine güte und ja da konnte ich auch keins gibt es das ist sowas ja noch mal so so bringt wahrscheinlich nichts er sagt man hat ja immer irgendwie so wenn ich kurzer vorbilden das war ja auch kann auch den ganzen weg als lauf aus dem sieht die gold aus da sind die karten und die was er ich gesagt gut dass ich jetzt wieder den dingen zu haben der mit ab da werde ich wahrscheinlich ausgehen wie da ich muss ja deine dinge ja super in lanze Er hat gar nicht so viel, gehen wir uns her. Geostigma. Nein, boah. So. Farentor, Rache Weißer, okay. Windpflanze. Ach ja, verdammt. Dann Windpflanze, dann hier, Konzentration. Aber der hat ja Angriff gehabt. Da sind die gleichen. Wir haben glaube ich einen anderen Namen. Schade. Da macht er den exakt gleichen Kampfziel eigentlich. Er hat zwar gesagt, diesen hat den Vernehmen sozusagen an. Wir gucken jetzt hin, aber trotzdem. Ich glaube, wir schaffen heute nicht storymäßig irgendwas. Verdammt, ich habe da weggedrückt. Boah. Haben wir noch gar nicht gesehen mit Diesel. Äh, mit Saved. Mein Güter wird mir noch passen. Jetzt habe ich ihn da weggedrückt auch noch. Wo sie die verkackten kann. Aber da wird das jetzt eigentlich auf. Also aktiviert. Während ich noch laufe. Entschreiten. Da wird jetzt weg ist, wird dann aufgehört. So ein bisschen achte er immer auf. So hat. Eigentlich nicht schlecht. So. Dann muss ich noch mal zur kommenden Bucke. Ja. Von da. Wo waren die Krabben da auf jeden Fall? Da. Hallöchen. Wer das ganz gibt. Das ist auch jemand. Da wusste ich doch. Terror aus dem Meer war ich da schon zu früh gegangen bin. Ich bin dann alle gut. Getr Euh, ew. Die� Hände sind doch im altri und da sind es so armific verdade. Ich bin dann einfach nur das Karni. Es gibt auch 8ベelungen. Es ist Karni. Es ist Karni. Es ist der Karni. Es ist Karni. Aber es ist ein Bussgeruch der Videos. Und ich habe die Abwechslung. Unbessen. Einmal. Einmal reden? meine güte schockiert da gehe ich falsch habe wind schreiten du kannst mir nichts meine gute als auch von rohler vorne jetzt weg sehr gut, dass ich halt auf automatisch eingestellt habe. Spricht er deutsch oder was? Ich werde die ganze Zeit schade, hallo. Oh, lass mich mal hochheilen. Das ist zu rei. Das H-Diesel weg ist. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. es ist ich werde zu bedenken sein da kommen wir überhaupt nicht weiter lecker sind noch so bonus monster verbinden geht aber nicht ja wenn ich jetzt unnötig ja wenn ich streiten aufgelabelt dann gehen wir noch ein bisschen weiter wenn ich jetzt wieder ein paar boot was machte dann also nicht wenn ich wieder kurz vorm level ab und dann ja ist schon ob es macht man auch ein paar platt weil ich bin heute sehr entschlossen und sehr also nicht auf meinem ziel konzentriert aber jetzt noch irgendein fiel ich dafür angesprochen haben aber dass wir noch nicht besiegt haben das mal schauen ja du immer noch schwach gegen nix im feuer und wind bist du vielleicht anfällig feuer und wind der eine schlange die war immer noch nicht erledigt haben die will ich jetzt mal langsam erledigt haben 57 also versuch mal mal eine fisch warte mal ich weiß noch eins das war boah das haben wir glaube ich schon fast erledigt in eiferts jagdrevier wie ist diese ruine nochmal eiferts jagdrevier schreienkirche penrago da ist da ist hat schlangen fiech glaube ich wenn ich wissen schluck hier natürlich bist du ja wohl erledigen jetzt ich glaube da war nicht so stark dieser ja da fühle ich genau so dann wenn wir noch ein verteidigungs ding und manche gut so widerstand gegen was viel ab er schießt der europäische art aber nicht so viel wie dinge so feuer und also muss ich mir kleo holen und zwar wenn ich nicht schaffe was war ja was wo es mir aber ist nicht schaffe es ist nicht schaffe wie kann ich nicht schaffe dich zu machen wie ist was ich so einfach nicht gegen das war jetzt aber ich sehe aktiviert sehr gut aber jetzt hat es ja die wir uns ein also schafft man das geht es was du bist du damit hast du uns erledigt letztes Mal ne gut 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 wir müssen ja stärker werden jetzt versuchen wir das eigene Viechner diese Schlange die wir uns hier haben nein nein Steak super Gott war der Travel sehr ungelegen ich bin zwar Erfahrung von dir aber trotzdem alles passt aus gut ich glaube den paar kann ich ein bisschen beziehen weil ich hatte es ja vorher sowieso nur zwei Parts aufzunehmen ich bin mir eigentlich gerade recht ich bin vielleicht morgen für eine Aufnahme noch ein bisschen trainieren ich bin wieder ein bisschen lächstiger ja mit der Schlange wird schon nichts aber ich versuche es gleich noch die 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 ich glaube ja nicht dass hier wieder ganz schnell zu der schlange wenn du das schon aber wenn ich da kann ja wo einer will ich nicht einer will das ist falsch hier ging es haben wir nicht nur kühle das ist falsch man das war ja schnell speichern versuchen wir ganz schnell und hoffen das war noch schaffen weil das wäre so toll haben wir zwei drei dinge heute geschafft wieder ein bisschen mehr ap bekommen weil er will abs bekommen umso weniger zufallskämpfen man es auch gut so ganz schnell verwecken wir haben euch art verteilt oder weil ich war 57 ich muss mal irgendwie geschaffen soll er feuer und den perfekt das war gut an er tut sie jetzt immer so komisch hier verbinden und dann bin ich halt noch ein ach das schafft man ja wohl oder ich bin auch immer sicher ja sieht auch gut aus ich glaube den zauber ja abhauen das ist so geil ah nein, verdammt, hier sind wir nicht ah, super oh, dann müssen wir einfach so nicht auch mal so gut aus mal anfangen. Ähm. Lauf mit deinen Zaubern und so. Ja, so. Seid verbunden, sehr ruhig. Nein, das gibt's nicht. Oh man, kommt schon. Oh, echt. Guck mal, 4.000. Jetzt mach ich mal jetzt gar nicht ein. Dich krieg ich hier noch Daul, ey. Eine Art Verteilung kann ich, glaube ich, vergessen. Weil, wie ich haut uns mit Dingens hier weg. Mit Leichtigkeit mit seinem Dingens weg. Warte. Planänderung. Scheiße auf Erteilung. Angriff hoch. Wird ich nur SA? So. Boah. Eine Tonne, ja. Ganz schnell kaputt machen jetzt einfach. Ganz schnell kaputt machen. Bitte betreut. Sei bitte betreut manchmal. Also, der läuft sehr gut gerade. Oh, verdammt. Was will ich zaubern, dann ist alles okay. Verlieren wir mal so schnell AP, ey. Also, Rose und... ...Kompany. Was was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, das gibt's doch einfach nicht. Wie macht das Fichtat? Nein. Oh, sehr gut. Ich mach das Ficht doch einfach nicht. Ist ja nicht so schwer, Mann. Oh, jetzt komm. Moari. Leitere Insünü. Oh, sehr gut. alt�atstange. Anormalregel. Kein Ding zu bekommen. Jawoll. Speichern... ...und... ...Feiern. Sehr gut. Alle haben erfahrungsgegen Wesen,ja. Ja. Ich möchte nochmal das sicher gehen. Finitären speed so lowers achtazierten ja ich weiß gut haben wir dann auch geschafft sind wir da bis 60 und wir speichern hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Hysteria, wo wir versuchen noch einige andere Mini-Bosse vielleicht zu schlachten oder die Story weitermachen, ich weiß es noch nicht jedenfalls bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen, danke tschüss, bis zur nächsten Folge